Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu EpiStory. Wir befinden uns immer noch in dieser, ja, kann man sagen, Fabrike? Schon, ne? Oh Gott. Wo kommen die denn auf einmal her? Ich hab's nur auf einmal so gehört. Ich dachte, irgendwas ist hier nicht richtig. Das ist wirklich gemein. Ja, die spawnen auch einfach, diese gemeinen Viecher. Okay. Da ist das gute Stück. Moment. War das eben schon auf? Nee, wird davon gar nicht beeinflusst. Okay. Gut. Ähm. Boah, das ist so fies. Ah, hier kann ich jetzt weiter. Okay. Beziehungsweise wird das davon beeinflusst. Ich hoffe es. Ja, okay. Finde ich auch schön, wie die Brücken hier immer aufklappen. Gefällt mir. Na, war klar, dass der da jetzt wieder kommt. Bist du der Einzige? Nee, natürlich nicht. Das war schon wieder ein bisschen größer. Das ist so ein langes Level. Da sind wir ein bisschen mit beschäftigt. So. Moment, bin ich jetzt hier? Okay, jetzt kann ich da rein. Okay. 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 Na, natürlich, den muss ich wirklich sagen. Das gefällt mir. Sehr schön. Ich höre schon wieder was krabbeln. Ja. Da kommt das Unheil auch schon. Ich habe gar nicht gesehen, dass ich aus dem Schreibmodus war. Ich dachte gerade so, Hilfe. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Wir können da jetzt... Da jetzt weiter. Das ist so gemein, wenn die da auftauchen. Ich kriege da echt immer ein bisschen Panik. Okay. Gott, ich... Die Karte, ich... Ich habe da keinen Überblick mehr. Ich mache einfach. Bislang. Kommen wir ja gut zurecht. Nein. Ich würde sagen, das hier sieht nach der finalen... Fläche aus. Okay. Das kann jetzt nochmal was werden. Ich glaube, ich werde mal auf die Ice Monkey wechseln. Damit ich die so ein bisschen... fest frieren kann. Und das gefällt mir bislang wirklich am besten. Ich habe doch Japp gemacht. Unglaublich. Ähm. Alter. Irgendwie ist das auch nochmal gemein, dass die Kamera sich dreht. Das ist... Gar nicht so leicht, wenn sich die dreht. Gar nicht so leicht, wenn sich die dreht. Vor allem, wenn sich so viele Wörter überschneiden. Dann kann man auch ganz schnell mal einen übersehen. Okay. 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 Es geht weiter. Natürlich geht es weiter. Was habe ich denn auch erwartet? Oh. Oh shit. Nein, im Moment. Das Gaste ist das erst. Was wollen sie auch noch den Feuermodus? Ich glaube es nicht. Das Gaste ist das Gaste ist das Gaste. Geht, was sind das für Wörter? Was wollt ihr von mir? Natürlich war es das noch nicht. Was? Warum kriege ich den denn nicht? Hallo? Szene? Das gibt's nicht. Meißel. Spitzen. Ich will kurz sagen, das muss es jetzt aber gewesen sein. Oh, das war knapp. Das ist schwierig. Oh Gott. Ich werde jetzt da eins für ein investieren. Und... Ja komm, machen wir nochmal. Boah, das war schwierig. Alter Schwede. Alter Schwede. Das war... Das war schon heftig. Vor allem, wenn man ja wirklich... Also... Wenn ich ja jetzt immer gestorben bin, dann hatten wir ja keinerlei Kontrollpunkte. Ich höre schon... Ich wollte grad sagen, ich höre doch schon wieder was. Ich höre doch schon wieder was. Okay. Ich weiß noch, dass auf der Karte irgendwo jetzt auch diese Elektro-Dinger waren. Dann... Fragt mich jetzt aber nicht wo. Ich werde jetzt... Den hier jetzt erstmal erweitern. Ah, da ist der eigentlich schon mal. Da ist es mehrere. Und ganz viele Viecher. Na geil. Ah, und das wird das nächste Level sein. Okay. Boah, aber das Ebenes-Level, das war schon sehr lang. Also... Okay, ich hab Blitzmagie, ne? Ja, das war das... Das würde ich bei denen auch... Gebrauchen. Okay, da ist noch einer. Sehr schön. Oh, alter Schwedener. Okay, wir gehen erstmal nach hier. Alter, das wär echt... Das war so heftig. Okay, das ist eine Abkürzung hierhin. Die Frage ist jetzt... Und das ist da irgendwo... Da war aber nichts, ne? Dass ich wüsste... Wenn wir jetzt aber schon kurz hier sind, kann ich mal gucken, ob ich das jetzt aktivieren kann. Ich glaube, ja. Kann ich tatsächlich. Na, wenn ich schon mal grad hier bin, dann mach ich das. Vielleicht führt mich das ja so um zur Kiste. Und ich glaube, da dürfen wir wieder kämpfen. Ja. Will ich das denn schon? Okay, das führt da so durch. Ich hab doch da grad so ein... Battle erst hinter mir. Na, geil. Okay. Vielleicht... Sind die ja hier ein bisschen... Netter zu mir. Auch wenn ich das nicht glaube. Oh, die kleinen Viecher wieder. Na ja, Bereich kann enthüllt werden. Das ist ja schön. Aber diese... Kleinen Ebenen, die... Wie gesagt, der ist mir ja... Schnell mal einer... Durchge... Pusht. Habe ich eben gesagt, die sind nett zu mir. Vergesst es. Na gut, dass ich hier die Eisbargie genommen habe. Wirklich gut. Ja, äh... Ja, ganz sicher. Ja, guck mal. Wie? 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 Wie sollte das gehen? Wie sollte das gehen? Wie? Ist das vielleicht mit Blitzbass? Aber ich habe... Keine Ahnung, wie... Wie das gehen sollte. Hallo? Oh Gott. Ne, wir sind mir doch schon wieder so nah. Na ja. Keine Ahnung, wie ich das gerade gelöst habe. Aber okay. Trotzdem ist das viel zu knapp. Ja, jetzt kommt das ja nochmal. Also... … Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Noch was? Ja, natürlich noch was. Hä? Ey, diese kleinen Viecher, die hasse ich am meisten, ne? Die sind, ähm... Die sind... Die sind zum Kotzen. Weil die so leicht durchflutschen, ne? Da dachte ich eben, ich hätte alle gehabt. So, von wegen. Ich muss sagen, die Blitzmagie... Hilft schon sehr. Obwohl das trotzdem echt schon... ...sehr knapp ist. Wie alt ist hier? Wie alt ist die Rob? Wie alt ist der quedribbed? Sie in der Mitte? Okay. Komm schon, du bist jetzt aber der Letzte. Nein, natürlich nicht. Ey, das gibt's nicht. Hallo? Dem? Ach so, das... Oh Gott, sang iri. Dies. Was? Dies. Pa. Ra. Oh. Wisst ihr was? Das geht mir jetzt auf die Nerven. Ich hab hier nichts gegen schwer, aber das... Nee. Vor allem denn diese kleinen Fliegefiecher dazwischen, die sind ja die schlimmsten. Und vor allem, ich könnte mir vorstellen, dass das eben die letzten beiden Viecher gewesen sind. Und dann hätten wir das gehabt. Bin ich mir ziemlich sicher. Ah, teilweise... Die Wörter, ne? Oh, ich hab die... Ich seh's jetzt zuerst. Ich hab die... Ähm... Eisbaki. Obwohl ich die Blitz wollte. Ich muss sagen, es ist aber trotzdem noch echt... Nicht so einfach. Ach, Kür. Ich konnte es wegen dem V dahinter gar nicht lesen. Ich dachte, es heißt Kür. Ah. Ah. Ich hatte eigentlich... Ich hoffe, das... Schalte das mit aus. Komm schon, bist du jetzt der Letzte? Okay. Eindeutig. Ähm. Dies ist eine Fliegefieh. Das wäre eben das Letzte gewesen, was wir hatten. Also wir sind... Ganz knapp geschaltert. Bevor ich mich hier jetzt noch mehr fruste. Däglich war das in Ordnung gewesen. Machen wir die hier voll. Ich denke, das war schon okay. Ich hab's ja mehrere Male versucht und... Ich meine, wir müssen uns auch jetzt nicht... Ewig damit aufhalten. Ich glaube, dann haben wir das da unten fertig, so wie es scheint. Und die Kiste da wüsste ich jetzt noch nicht, wie wir rankommen. Ich höre doch schon wieder irgendwelche Viecher hier. Oder sind das die Elektro-Dinger? Das kann auch sein. Hm. Moment, konnte ich da hinten schon unten... Nee, nee, nee. Ich muss, glaube ich, da noch weiter nach hier. Hm. Ja. Hier war ich richtig. Okay, dann würde ich sagen... Gehen wir noch zum... ...nexten Level. Aber das ist... ...echt nicht ohne eben. Also, vor allem, das sind ja auch... ...alles andere als einfache Wörter. Also, ich sag mal... ...leicht ist was anderes. Ich würde mir erst mal nach hier unten gehen. Das sollte... ...optional sein, tatsächlich. Äh, 85.000 haben wir. Okay, da unten geht's jetzt weiter. Ah, das ist wieder so ein... ...so ein Mist-Ding. Wo wir wieder kämpfen müssen. Na gut, ich würde sagen, wir machen hier erst mal Schluss. Und das nächste Mal gehen wir ins Level rein. Also, bis dann.